Dass die Rapperin Loredana nicht lange die Füße stillhalten kann, das war den meisten Fans schon klar. Sie muss ständig in Bewegung bleiben, auch wenn sie behauptet, sich zurückziehen zu wollen. Denn eigentlich wollte die Rapperin einfach mal Zeit mit der Familie verbringen. Die Quarantäne tut ihr bestimmt gut, doch so langsam hat sie die Nase voll davon. Spätestens dann, als sie jeden Donnerstag die neuen Rap-Songs hört. Sie findet das, was die Rapper machen, total langweilig. Aber nicht nur das, sie findet die Songs auch überhaupt nicht gut. Sie kann sich die Songs gar nicht geben. So schlecht findet sie die. Und genau deswegen ist sie wieder im Tonstudio und nimmt fleißig wieder neue Tracks auf. Eventuell ist sie also schneller zurück als gedacht. So lange könnt ihr natürlich die alten Songs von Loredana hören. In der Beschreibung habe ich euch wie immer alles verlinkt. Welcher Song von Loredana ist euer Lieblingssong? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und abonniert Check the Celeb, um immer up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen! Zusehen! Zusehen!